Dieser Opel Safira steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem beigen 5 Thüringen-Binn-Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 86.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2006. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Tempomat, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 140 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 5.500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. TechnNAines Karler. Größte Bangladesh der Bette Einaan. Abenteuer auf Lager. Größte hiredn Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen oder K Sky Dar устрой. die Koche reparieren Sie uns. Wir waren auf den Lockdown US. demais.